Anblend Anblend Das ist Josh Toll Okay, ich nehme die MP Los MP, ich komm gleich Versuch hier alles zusammen was du findest, ja? Wehm nicht so viel Zeit Fuck Was? Wehm diesen Typ, mit dem das Ding wieder aus dem Kopf wächst Okay Thanks Ah fuck Cut me Hier ist die Granate Los, komm Ah fuck, der wirft mit Dynamit Wir haben keine Zeit oder sowas Fuck, woher kommt das Schloss? Oh fuck Oh fuck Siehst du Ah Come on, come on, come on, come on Geh, geh einfach weiter Ah, ich Idiot, ich Idiot Hast du nicht gesehen? Nein, ich hab's gerade nicht gesehen Oh, was machst du da hinten? Wồng Ich bin Wồng Ein MP, ein MP Help Ich bin Ich bin Du hast schon Kontrollpunkt, oder? Wie wärst du dir jetzt erstmal alles sammeln? Alles was wir sammeln können ist auf der anderen Seite Ja eben Also warte Du meinst jetzt rechts Links gibt es so ein kleines Häuschen Ah okay hier ist schon ein Kontrollbuch Okay also Aber komm wir brauchen die Handgranate Ja behalt sie noch Benutzt nur die MP Jetzt ist da keine mehr Fuckin shit Komm ich komm ich komm Los la Auslassen Jetzt die Granate für Ich hab keine Granate gefunden Ah okay dann nicht Los Beschäftige sie da Weg da Oh fuck Fuck Hunde Na was egal geh weiter Ist das abgeschossen das Ding Ja ja Oh Chris Ich bin tot Ich bin tot Was wird da Oh fuck Was wird aus dem Erbring Was ist denn im Plan ist da noch Was ist denn im Plan noch Ja da in diesem Haus da Was ist denn im Plan ist da noch Voll sehr schnell Oder auch nicht Ich glaube es war hier Doch nicht Scheiße ich hab mich geirrt Okay das war's Ja das war's Shit Sorry Leute Wo war das Problem? Ah nee das war in dem In dem Haus Von 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 Shit 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 Man ich brauch ne Granate Ah ja jetzt sind wir tot Meinst du? Was irgendwie keinen Sinn macht Warum sind wir tot? Natürlich sind wir tot Von mir aus Ich seh keine Logik dran aber Okay jetzt go 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 Alles geht in die Luft Und wir sollten überleben Ja Wir könnten ja ins Wasser springen können Dann wären wir nicht hier Ah ok Sag mir wie du's hast ja Ja ich hab schon Oh man Oh komm nicht noch einer Ja gerne einfach Einfach warte und halt die Bogenschützen auch Die da oben oder was? Ja nein die die Jetzt komm Ja klar mach Ja klar mach Was ist dir zu lange? Diese Leute Können wir uns machen es einfach Hilfe 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 Sehr viel Begrüßt Oh Fucking shit Ey das macht ja echt Krassen Zeitraum Oh 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 Da hier Hier war's doch man Scheiße Mach ja nicht diese Oh fuck Was soll ich nicht machen Egal lauf Lauf einfach Einfach laufen Was macht der Fetzer Chris Okay jetzt müssen wir laufen Jetzt lauf einfach zum Boot Komm Josh Chris schnell Oh Gott endlich Okay Enabling Nicht Enblem Ja Fuh Shit Da führen wir uns ganz schön Oh Schöne Flammen Hade Stell dir vor das wäre noch alles voller Öl dann wäre es ja richtig abgegangen hier Oh ja Hast du es denn bei deinem Run geschafft Was habe ich geschafft Gott das war ja eine erbärmliche Leistung von uns Tja Egal wir haben es geschafft und wir tunen erstmal Ich weiß gar nicht so sehr was ich tunen soll Ähm Also ich muss Kapazität tun Ich glaube ich tune mal die Feuerkraft meiner Knarre die jetzt übrigens voll hat Ich glaube die Durchschlagskraft Die Feuerkraft von der Heckler & Koch So Hey So Bist du bereit? Äh Gib mir die Schoten Munition von dir Stimmt Moment So Ey wir haben jetzt echt kaum noch was im Inventar So